1. Lass uns im Lass uns 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. Kürze Frage an den Opernplatz, seid ihr bereit für die Sieger? Denn die Sieger sind im Kürzeron bereit für euch, wir haben sie schon hinter uns versammelt. Und warten noch auf den letzten 3 und unseren Kanzlos drin. Okay, wie war das internationale Interview? Auf Platte, bitte. Congratulations. How did you do it? Endless Blinter. So, yeah, was eigentlich was good. We went to Purple Sprinters, and we went to Purple Sprinters. Yeah, that was everything. 25 Fridays and we went to Renda. So, yeah, and I had two teammates. It's been the same place in VGT-Apswan. They were perfect. It's a victory in a new race. What was new for you? Yeah, the race is still the same, actually. It's just, yeah, it's really perfect for me, but, yeah, it's nice. 16.59 Uhr, um auf das zurückzukommen, was Holger gerade gesagt hat. Um 17 Uhr ist die Fernsehübertragung beendet. Das heißt, wir haben auch noch niemand mehr im Fernsehen ein Interview zu geben. Auch nicht der Sieger, der gehört dann hier aus dem Unfallplatz. Ganz uns wird also in wenigen Sekunden bei uns eitreffen. Wämlichst du nicht? Xenu oder Magen? Ja, das ist doch, weißt du, was ist das? Ich hab immer noch im Fernsehen... Wenn du es woher dringend machen. Oh, das ist es für deine Zeit. Nee, das ist der Zeit alles. E vain. Das ist ein bisschen weißt, wie du bist sein. Unfallplatz. 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 Also wir sind sehr weit und wir haben uns eigentlich Sorgen gemacht. Die haben wir jetzt. Wir wollen Fabian Weg machen irgendwo und ich hoffe, dass wir jetzt mal durchgekommen. Aber ja, wir machen uns da zwei Teile und gleich hierher bringen. Also gleich ist es weit. Das ist ein Fahrrad. Das ist jetzt ein Fahrrad. Das ist jetzt ein Fahrrad. Das war ganz ganz klassisch. Ja, 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 ja. Ja, dass es mir geht. Alles klar, danke. Da stehen 10.000 Leute am Baden-Württemberg auf den Stadion. Ja. Ja, okay. Ja, ich fahre den Tisch.